Hallo und herzlich willkommen zu Tür Nummer 3 des Rechtssalat-Adventskalenders 2019. Heute geht es darum, was ist ein Anspruch? Gemäß der Legaldefinition in § 194 BGB ist ein Anspruch, das Recht von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen. Ich möchte doch diese Definition etwas abwandeln und würde einen Anspruch daher wie folgt definieren. Ein Anspruch ist das Recht von einem anderen ein Tun, Dulden oder Unterlassen verlangen zu können. Das war's mit Türchen Nummer 3. Ich sage Tschüss, bis morgen.